Er greift dann mit links, eins, dann macht er einen Schritt vor Heusoki, zwei, dann mache ich mal den Yaki-Sophie, drei, vier, jetzt dreh dich um und dann greifst du, du fliegst weg und kommst dann wieder mit Jona Heusoki. So, fünf, vier, jetzt warte ich nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ne? Ja und ihr wisst, wie wichtig jetzt dieser Deckungsarm ist, wenn ich da meine Angelegenheit habe. Noch mal von der Seite. Eins, zwei, drei. Ich muss immer noch aufruntern, dass das nicht stimmt. Alles klar? Ja, es ist abgehend. Ein Mic zu blockern, ein zu drücken und dann kommt ihr wieder. Prost!